...helfen und Mr. Battle ist verschwunden. Richtig, Lord Hexen sind überall nach Mr. Branson. Wir müssen allein unser Bestes versuchen. Sie selbst gehen doch nicht hinaus. Woher soll sie sonst wissen, was zu tun ist? Dann hole ich unsere Meldung. Sie brauchen doch nicht mitzukommen. Aber natürlich gehe ich mit. Ich sage nur Mr. Bates, wo ich bin. Sie sind mir eine gute Freundin. Wir sind einander gute Freundinnen, Milady. Das dürfen die Letzten sein. Sirko, ich habe Sie, Mr. Moos. Kannst Sie das sein oder darf nicht? Das ist der Sirko, da fast nicht. Da sind wir nun zu allen Schotten bereut. Oh Gott, halt, Dinky, das ist draußen für euch. Aber seid ihr euch sicher? Ihr werdet bis auf die Knoppen nass und schmutzig. Oh, als Däger sind wir ziemlich aufgehört. Komm auf. Du musst nicht mit, Frau Liebes. Wir schaffen das bestimmt allein. Aber natürlich fahre ich mit. Kommen Sie her. Kommen Sie her. Dorfbewohner und Gäste stehen zu beiden Seiten des Portions. Vorne stehen die Stühle für unsere Familie. Da möchte ich dabei sein. Davon gehe ich aus. Wir treffen uns auf der Straße, dort wo geplant. Bringen Sie niemanden mit. Kommen Sie allein. Das alles ist natürlich lächerlich. Viel auf jeden zu und gar nichts. Was? Ich dachte, Sie wollen verändern, dass ich durch eine Dummheit alles verderbe. Kommen Sie durch. Ich weiß es nicht. Eier werfen oder eine Fahne schwenken oder lautes Rufen. Ich hoffe, es ist das ganz schön. Ich habe es nicht. Ich habe es für eine Frage.